Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Destiny, nein Witz, in der Party bin ich mit dem Benny und mit dem Biller und ich natürlich und der Dave ist auch noch da aber der ist gerade kippen wollen. Ja ich bin natürlich, der macht da schon wieder Stress. Ja ich streame gerade Benny. Deswegen. Nein, dich hört man nicht. Also wenn ich das jetzt extern machen würde, dann würde ich ja sagen, okay gut, wer will gehört, frage ich immer vor jedem Stream, wer wird gehört, also wer will gehört werden, ist egal. Und wer nicht, also dann sage ich okay, gut. Oder ich müsste halt mir jetzt eine PS4 anschaffen und ihr auch und dann müssten wir über die PS4 machen, weil da geht das. Da kann man nämlich den Partychat nämlich dann auch hören. lassen. ... ... ... ... ... Ja, ich komm, ich bin gleich da. Knochen macht's. Lichtschalter. Hier, das ist von einem alten Warlock namens Osiris. Hm. Alle Enten kriechen aus derselben Grube, erheben sich aus der Kluft und verschlingen Materie, Licht und Leben. Unaufhaltsam, doch zu bremsen. Die Schreine von Oryx müssen zerstört werden. Das ist von Oryx, das Gesteins-Pokémon. Was ich, was ich dann auch durch Hilfe in irgendeiner Edition durch den Stalus verwandeln kann. Aber er befindet sich tiefer im Höllenschlund, als wir je vorgedrungen sind. Wir sollten versuchen, ihn zu zerstören, bevor es zu spät ist. Bam, Headshot. Ja, ich weiß. Das ist ein großes Entertainment hier. Kann sich glücklich schätzen. Die Gefallenen. Sie greifen den Höllenschlund an. Buh, 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 buh. Buh, buh, buh. welche nachkampferaktion die ist 30 denke ich euch also ich kann gerade sehen dass ich null zuschauer habe 20 ich habe zwei zuschauer hallo bei den zuschauer es wird mir erst sehr spät angezeigt und gut dass ich die app habe das ist einmal der benny und dann noch irgendwer wenn ich die kommt es richtig übersetzt habe ist nicht oft dass wir uns kiffen hervor nach einer gelegenheit ja ja erwischt ein baron weniger der probleme macht und jetzt zu diesem schreien ich will gar nicht wissen was die da unten alles haben ich will gar nicht wissen was die da unten alles haben ja 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.